Bist du auch manchmal erstaunt, wie viel du schaffen kannst, wenn du so richtig unter Druck gerätst? Wenn die Deadline drängt und noch massenhaft Aufgaben erledigt werden müssen, dann tickst du so wie viele andere Menschen auch. Und genau darum dreht sich alles in der heutigen Episode. Wir schauen uns nämlich eine Methode des Zeitmanagements an, die sich genau dieses Effekts bedient, nämlich dass wir unter Druck oft sehr produktiv arbeiten können. Willkommen beim Projekte leicht gemacht Podcast, dem Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden möchten. Hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Timeboxing, das ist das Thema der heutigen Episode. Ich liebe Zeitmanagement, ich liebe verschiedene Methoden und liebe es, sie auszuprobieren. Und heute habe ich mir Timeboxing rausgesucht, um dir diese Methode vorzustellen. Du wirst sie vermutlich wiedererkennen. Es ist jetzt keine bahnbrechende Neuerung, sondern im Grunde genommen ein Konzept, was dir vermutlich aus vielen anderen Zeitmanagement-Methoden schon bekannt vorkommt. Trotzdem schauen wir nochmal genau auf das Timeboxing, was es bedeutet, welche Vorteile es hat und wie du es richtig anwendest. Ich beginne mal mit einem Beispiel aus dem privaten Umfeld. Stell dir mal vor, in deiner Wohnung sieht es aus, wirklich wie auf einem Rübenacker, völliges Chaos. Und dann rufen deine Schwiegereltern an und wollen in zehn Minuten vorbeikommen. Du kannst auch alternativ deine Freundin oder deine Vermieterin nehmen. Wetten, dass deine Wohnung in Nullkommanix so richtig ordentlich aussieht, zumindest oberflächlich. Egal ob Privat- oder Berufsleben, viele Menschen arbeiten nämlich nach folgendem Prinzip. Sie beginnen eine Aufgabe und arbeiten so lange daran, bis sie abgeschlossen ist. Das kann sinnvoll sein, kann aber auch wahnsinnig lange dauern. Das kann im Projekt zu überzogenen Budgets führen, weil du oder deine Mitarbeiter einfach kein Ende finden. Und genau diesen Ansatz nutzt Timeboxing. Was ist also Timeboxing? Ja, es ist eine Methode des Zeitmanagements bzw. der Selbstorganisation, in denen feste Zeitblöcke für Aufgaben reserviert werden, also eine Timebox. Es wird also am Anfang genau definiert, was am Ende dieser Timebox erreicht werden soll. So eine Zeiteinheit, die kann ein paar Minuten sein, also zum Beispiel ich arbeite jetzt 30 Minuten an dieser und dieser Aufgabe und dann soll sie fertig sein. Es kann aber auch eine Timebox mehrere Stunden oder auch Tage umfassen. Das kommt natürlich ganz auf den Umfang der Aufgabe an. Wo wird Timeboxing eingesetzt? Ja, ich habe schon gesagt, das kann im privaten, aber auch im beruflichen Umfeld vorkommen. Ich schaue jetzt mal nur auf das berufliche. Und da kann man das zum Beispiel als Vorgehensweise in Teams benutzen, besonders bei agilen Ansätzen wie im Scrum, um Aufgaben in Gruppen zu planen und zu steuern. Eine Timebox kann unterschiedlich eingesetzt werden, zum Beispiel für ein Meeting, zum Beispiel wir reden 30 Minuten und wollen XYZ erreicht haben oder für einen Sprint in zwei Wochen steht der Prototyp. Das ist also die Teamperspektive. Du kannst aber Timeboxing auch als persönliches Zeitmanagement betrachten, um Aufgaben zu planen und klare Zeitfenster zu definieren. Du kennst bestimmt die Pomodoro-Technik, über die rede ich sehr häufig, weil ich sie einfach wirklich mag. Die arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip. Es gibt feste Zeitblöcke mit definierten Pausen. Und das Grundprinzip, das ist egal ob Team oder Einzelperson immer gleich, die Zeitblöcke, die bilden das Gerüst für die Planung. Und in jedem dieser Blöcke sollen bestimmte Aufgaben erledigt werden. Wie funktioniert das denn jetzt konkret? Ja, schauen wir mal auf das persönliche Zeitmanagement. Du sitzt also da und sagst, hey, ich könnte dieses Timeboxing schon mal ausprobieren. Was machst du dann? Ja, im ersten Schritt, da schaust du mal, welche Aufgaben liegen denn überhaupt an bei dir. Du kannst zum Beispiel auf deine To-Do-Liste schauen oder in deinem E-Mail-Postfach, je nachdem, wie du dich organisierst, und schaust mal, was muss erledigt werden. Dann schätzt du ab, wie lange diese Aufgaben dauern könnten. Die Zeitblöcke, also diese Timeboxes, die müssen nicht unbedingt gleich lang sein. Also nicht jede Timebox muss eine Stunde betragen, sondern die müssen zur Aufgabe passen. Also zum Beispiel für, ich räume mein E-Mail-Postfach auf, 30 Minuten, ich schreibe das Konzept, eineinhalb Stunden zum Beispiel. Wichtig, immer Pausen einplanen, besonders wenn du eine längere Timebox definierst, eine für die du vier Stunden planst, dann solltest du natürlich nicht vier Stunden durcharbeiten. Pausen, wichtig, wichtig für den Körper, wichtig für dein Hirn, einfach um zu entspannen. Und du wirst garantiert feststellen, sobald du eine Pause gemacht hast, wirst du danach produktiver sein und kreativer. Wenn du planst, solltest du idealerweise deinen Tag nicht komplett mit Timeboxes vollpacken. Denn, wir wissen es alle, besonders im Projektmanagement, es verläuft ja selten etwas nach Plan. Du solltest also immer einen Zeitblock als Puffer für unerwartete Störungen oder ungeplanten Mehraufwand einplanen. Oder du legst einfach Pausen zwischen verschiedenen Timeboxes, in denen du dich um Alltagsklein-Klein kümmerst oder eben um unerwartete Aufgaben. Häufig wird empfohlen, dass man nur 60% des Tages verplanen sollte, weil die 40% sich sowieso automatisch füllen. Das ist jetzt nicht ganz das Prinzip eines Timeboxings, weil da ja davon ausgegangen wird, wenn wir die Zeit einschränken, dass wir dann mehr schaffen und produktiver sind. Also ein bisschen mehr als 60% könntest du schon planen, aber das hängt natürlich dann ganz von deinem Tag auch ab. So, du hast also deine Aufgaben, du hast geschätzt, wie lange sie dauern und du hast Timeboxes dafür festgelegt. So, und die arbeitest du eben dann der Reihe nach ab oder dann, wenn sie eben passen. Und wenn du dir jetzt einen Tagesplan machst, dann kann das sein, dass eine erste Timebox früh um sechs schon ist. Das laufen die Laufrunde an der Elbe. Dann machst du um 8 Uhr ein Brainstorming mit dem Entwicklerteam. Dafür hast du vielleicht eine Stunde vorgesehen. Um 13 Uhr machst du das Monatsreporting und um 16 Uhr beantwortest du Kundenanfragen. Das heißt, die Timeboxes müssen nicht nacheinander ablaufen, sondern dann, wenn sie auch in deinen Tagesablauf passen. Zum Beispiel zwischen verschiedenen Meetings oder direkt nach der Mittagspause. Ich habe noch ein paar Tipps für dich. Wichtig ist natürlich, die richtige Länge so einer Timebox zu finden und das ist gar nicht so einfach. Wenn du jetzt sagst, hey, ich will wahnsinnig viel schaffen, ich will besonders viel aus dieser Methode rausholen, dann setze ich die Zeit sehr kurz an. Das kann dann aber wirklich zu Stress führen und es kann sein, dass die Qualität leidet, weil du unbedingt innerhalb der Timebox fertig werden möchtest. Wenn du aber zu viel Zeit einplanst, dann kannst du wieder die Zeit unnütz verschwenden. Also, ja, taste dich so ein bisschen ran und sieh es auch pragmatisch. Wenn jetzt eine Timebox mal nicht ausgereicht hat, um eine Aufgabe zu erledigen, das wird immer mal vorkommen, ganz klar, ja, dann kannst du zum Beispiel deine Puffer-Timebox verwenden oder einfach, ja, du plantst eine weitere Timebox ein, zum Beispiel am nächsten Tag, um den verbleibenden Aufwand, die Restaufgabe noch abarbeiten zu können. Ins Allgemeinen funktioniert Timeboxing dann am besten, wenn die Zeitbegrenzungen auch eingehalten werden. Wenn du also eine Stunde vorgesehen hast für ein bestimmtes Konzept, dann solltest du nach der Stunde auch idealerweise fertig sein und nicht noch sagen, ach komm, ich arbeite jetzt noch zehn Minuten und dann verschiebt sich alles wieder nach hinten. Das ist nicht Sinn der Timebox. Trotzdem ist es natürlich so, dass wenn du einmal mitten im Flow bist und du weißt ganz genau, in zehn Minuten ist das Konzept auch fertig, dass du dann vermutlich es auch fertig schreiben solltest. Das heißt, das Ganze ist nicht in Stein gemeißelt. Also es ist ein relativ lebendiges Konzept und du musst eine gute Balance finden, entweder wirklich zu sagen, hey, ich mache das jetzt noch fertig, einfach weil es sinnvoll ist, dich aber auch selbst zu disziplinieren, in diesen Zeitfenstern zu bleiben. Das ist nicht ganz einfach. Schauen wir mal auf ein paar Vorteile von Timeboxing. Wenn du sehr perfektionistisch veranlagt bist und nie aufhören kannst, du einfach kein Ende findest, die Aufgabe muss bis ins letzte Detail perfekt erledigt sein, dann kann dir Timeboxing wunderbar dabei helfen, mal einen Schlussstrich zu ziehen. Einfach mal zu sagen, okay, nach einer Stunde ist jetzt einfach mal Schluss und so ist die Aufgabe jetzt erledigt. Punkt. Weitere Vorteile, das ist der Zwang zum Fokussieren. Du musst ein Konzept abliefern, hast aber nur drei Stunden Zeit, dann bist du einfach wirklich gut bedient, dich nur auf dieses ein Ende Thema zu konzentrieren. Dann hast du eben diese drei Stunden Timebox und dann muss es fertig sein. Timeboxing hilft auch sehr gut gegen Aufschieberitis, kennt wahrscheinlich jeder von uns. Jeder hat Aufgaben, die er ganz gern mal aufschiebt. Aber was ist denn, wenn die Uhr tickt? Und du weißt, dass in einer Stunde so eine ungeliebte Routinearbeit einfach mal erledigt ist. Das hilft einfach sehr gut, sich zu disziplinieren und zu sagen, okay, es macht keinen Spaß, aber diese eine Stunde arbeite ich jetzt daran. Und das motiviert und macht auch total zufrieden, wenn man es dann geschafft hat. Dieser Faktor Motivation, da gehe ich jetzt nochmal drauf ein. Wenn du merkst, dass du Aufgaben weniger aufschiebst und einen Punkt nach dem anderen abhackst, dann breitet sich wirklich eine richtige Zufriedenheit aus. Zumindest ist das bei mir so. Und das ganze Thema entspannt auch, muss ich sagen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Timebox hast mit dem Thema Monatsreport schreiben, dann musst du dich nicht mit der Buchhaltung und auch nicht mit dem kaputten Drucker beschäftigen, sondern du hast wirklich nur eine Aufgabe. Das bringt eine ganze Menge Ruhe in den Arbeitsalltag. Wenn wir keine Timebox haben, nicht in solchen konzentrierten Zeitblöcken arbeiten, dann passiert es oft, dass der Kopf schon wieder ganz woanders ist und immer der Meinung ist, er muss noch bestimmte Dinge erledigen, er muss bestimmte Probleme lösen. Und das mag auch der Fall sein, aber das lenkt ab von der eigentlichen Aufgabe. Und es ist ein sehr schön entspannendes Gefühl zu wissen, jetzt mache ich einfach mal nur diese eine Sache. So, jetzt habe ich so sehr schön beschrieben, warum ich Timeboxing toll finde. Aber Timeboxing eignet sich auch nicht für alles, das ist ganz klar. Ich habe vorhin schon mal diesen Flow angedeutet, wenn die Arbeit einfach mal nur so flutscht und einfach alles ganz toll läuft, solltest du dann wirklich die Timebox abbrechen, nur weil die Zeit abgelaufen ist, weil du es vorher mal so festgelegt hast, nicht unbedingt. Da gilt es einfach wirklich pragmatisch zu sein, die richtige Balance zu finden. Schau einfach, wie es für dich funktioniert. Sinn des Timeboxing ist nicht, streng jede Aufgabe abzubrechen, sondern Dinge zu erledigen, die sonst mal hinten runterfallen und vor allem möglichst sich auf eine Sache zu konzentrieren und diese Zeitblöcke einzuplanen. Timeboxing eignet sich auch weniger für Aufgaben, wenn die Qualität des Ergebnisses wichtiger als die aufgewendete Zeit ist. Nehmen wir mal ein Beispiel. Es gibt irgendwelche sicherheitsrelevanten Tests. Da geht es um Leib und Leben, Flugzeugtechnik, Pharmazie. Solche Tests, die sollten natürlich so sorgfältig wie möglich durchgeführt und nicht durch Zeit eingeschränkt werden. Wenn im Anschluss das Flugzeug abstürzt oder eine Bremse versagt, dann ist wirklich niemandem damit geholfen, dass dieser Test schnell innerhalb der Timebox abgeschlossen wurde. Das ist klar. Du solltest auch dann achtsam sein, wenn du dazu neigst, plötzlich sehr überhastet durch die Aufgaben zu hetzen, um dein Zeitziel zu schaffen. Natürlich, das Ganze soll ja motivieren. Die Timebox soll ja dabei helfen, dass du zum Beispiel innerhalb von 30 Minuten fertig wirst. Wenn du aber merkst, das stresst dich und du bist gehetzt und bist vielleicht auch nicht ganz so qualitätsbewusst, dann solltest du nochmal schauen, ob du vielleicht ein bisschen zu optimistisch planst oder ob sich Timeboxing einfach nicht für dich eignet, weil du dir selbst dann zu viel Stress machst. Zusammengefasst. Beim Timeboxing kommt es wie bei vielen anderen Methoden auf den richtigen Einsatz an. Ganz klar. Kundengespräche auf einer Messe, die lassen sich sehr schlecht timeboxen. Du kannst nicht sagen, hey, also mehr als 20 Minuten habe ich jetzt aber keine Zeit. Routineaufgaben dagegen, das funktioniert oft sehr gut. Die Konzentration auf ein Thema, eine höhere Produktivität und ein geordneter Tagesablauf, das sind wirklich gute Argumente, um die Methode mal auszuprobieren. Ich nutze es sehr gern, gern im Zusammenhang mit Pomodoro, was ich sehr locker interpretiere. Also ich habe nicht immer diese, ja, nach reiner Lehre 25-Minuten-Blöcke, sondern ich sage mir, ich arbeite jetzt zum Beispiel mal eine Dreiviertelstunde an diesem einen Thema und dann höre ich aber auch auf. Das finde ich unheimlich entspannend, weil ich dadurch schneller ein Ende finde und während dieses Zeitblocks einfach sehr konzentriert arbeiten kann. Wir haben auf unserer Webseite noch eine einfache Excel-Vorlage erstellt. Da findest du einen Wochenplan und einen Tagesplan, wo du deine Timeboxes eintragen kannst. Du kannst aber auch einen ganz normalen Kalender im Outlook oder wo auch immer nehmen, um solche Zeitblöcke für dich zu reservieren. Probier das aus. Es ist einfach, ja, gleichermaßen motivierend und entspannend und produktiv und damit eine Sache, die einfach nur toll ist. Das war das Thema Timeboxing. Probier es aus. Gib uns gern mal eine Rückmeldung, wie es für dich funktioniert. Und ich freue mich drauf, nächste Woche wieder mit dir ein wunderbares Projektmanagement-Thema zu besprechen. Bis dahin. This podcast is presented by ITTP, Virtual Education for Professionals. Learn all about project management, online, flexible, and of course, 100% auf Deutsch.